Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Sivon, eurem... Gamerbruder! Gamerbruder! Glücksbruder! Ja, Freunde, der Account, der hat reingeschallert. Ich hab einfach drei Totis gezogen, während in Grünbach die Stimmung teilweise ein bisschen gekippt ist. Aber auch Wasserbrecher, ne? Ey, ich hab einen meiner teuersten Totispieler gezogen. Vier Millionen Münzen! Es war lecker, schmecker, spaß und lecker. Viel mehr gibt's eigentlich gar nicht zu sagen. Ich bin krank. Außer lasst ein Like da. Wir sind immer noch live. Das ist der Standardsatz aktuell. Check Twitch ab. Und ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like da. Toti-Eskalation ist da. Und heute Abend im Stream wird Cristiano geschürft. Hau da am Ruhm an. Ah, vamos. Cristiano. Cristiano. Der ist weg. Der ist kaputt. Der ist Müll. Cristiano. Cristiano. Freunde, lasst ein Like da. Und viel Spaß bei dem Video. Und schreibt mal rein, was ihr bis jetzt für Todis gezogen habt. Let's go! Tschüss. Ist das geistig krank? Halt deine Fresse. Das kann ja nicht wahr sein. Digga, ich hab diese Ona-Buttle für 800k verkauft gestern. Die kostet 1,48 Millionen. Digga, Puteas ist fast bei 6 Millionen. Die steht bei 5,8. Die hab ich gezogen. Die war zwischenzeitlich 6 Millionen glatt wert. Alter. Hansen ist bei 7,4. Selbst Bonmarti hat sich krass reverselt. Ich stehe auch wieder bei 3,8. Digga, die waren mal bei 1,1, Chat. 1,1. Ist das krank? Ich zieh jetzt einfach einen Toti, dann geht's mir besser. Wenn du da draußen einen Toti ziehst, dann gehen wir den Schalke. Nein. Schade. Geht ihr mit Packs rein, Chat? 19 Uhr. 19 Uhr. Guckst du SBCs? Ich guck Packs. Uh, Quarretz Gillian. Ultimate, Dynastie, TU, TGS oder Winter Wildcard. Profi-Wahlkampf. Quarra. Technik. Boah. Quarra sieht lecker aus. Playstyles. Alter. Oha. Harter Pass. Kriegste Flair auch nicht zu Trinela. Guck mal Ausdauer bitte. 81. 83. Was brauchen wir für den Mann? 88, 87, 87. 86, 85. Unter 1%, 350k Lighting Ground. Ja. Guck mal nach NaEvo. Aber das war auch das einzige was kam. Star auf der rechten Seite. 86 Plus Upgrade kam noch. Alter. Guck mal hier. Das ist ja geil. Kriegst ein Totti Nomini Design. Ja, geil. Ich hab keinen knappen dafür. Sind alles zu gut. Ja, könnten wir testen. Verteidiger Pack kam noch. Kein Schalker dafür. Mann, wie blöd. Mal kurz rein Chat. Passt kein einziger Spieler von mir rein. Kozuki oder Kabadai. 82 mal 20 noch da. Wo ist er denn? Auf erster Seite schon mal Pop. 95. Was hat's denn? Luft Plus und in der Luft Plus. 4, 5. Ja, 4, 5. Hat CR7 5, 5. Guck mal gleich. Kopfball 99 Pop. Sprungkraft 99. Das könnte ein Biest sein. Stärke 97. Ausdauer 92. Schuss 99. Abschluss 94. Selbstbeweglichkeit Balance 85, 90. Boah. CR7 hat Power Schüsse. Power Kopfball. Flair, Trivella, Akrobat in der Luft und die Rakete. Ausdauer 86. Ah, die haben sehr eine Balance. Die Balance. Das ist das Wichtigste. Das ist krass. Zeig jetzt vorne. Ich hab nicht mitgerechnet, dass die den 5, 5 geben. Mann. Ich hab ein sehr geiles Upgrade für CR7. Ah, nicht alle Toti-Nominis haben zwei Playstyle Plus. Kayn hat First Touch Plus mit 4, 5. Alter, den Kayn muss ich zocken. Der sieht so cracked aus. Alter, man knet drauf. Bauerschuss. Winnie mit Trickster und Rakete. Guck mal, bei dir ist die Anordnung andersrum als bei dir. Sala mit Flair. Was macht eigentlich das Flair aus? Oh, ein 4, 4. Sala. Jani, 4, 4. Winnie, 5, 4. Trickster und Rakete Plus. Boah, entscheidender Pass und Technical. Der sieht krank aus. Alter, Valverde, Batterie und Raserei. Alter, fuck. Scheiße. Balance halt bei 70, aber Ausdauer 91. Edersonne, Chaka hatten wir ja bei. Initialer Technical mit 90 Pace. Alter, Kimi Nye. In der Luft Plus wahrscheinlich, ne? Ist die Luft hochhalten, ne? An der Pura zu machen. Das ist der krasseste, Mann. Trend. Alter, Trend sieht auch geil aus. Mit harter Pass Plus. Kimi Nye. Ich will in die Lightning Round rein, um den ganzen Schmerz vergessen. Was? Ja, komm, wir gehen rein. Gehen wir rein. So, Chad, ich glaube, es ist ja eine Langzeitwette oben. Wenn keine Wette ist, dann mach. Wer zieht den ersten Toti? Läuft doch eine Langzeitwette oder nicht? Ich weiß es nicht, ne. Doch, es läuft eine Langzeitwette. Okay, dann lasst's. Dann einfach rein. Einfach reinschwitzen. Einfach die Sinne. Oh, Hero. Ich glaube, es wird ein Kanu. Ich glaube, es wird ein Kanu. Ja, wir sind rutschgegangen, ja direkt. Warte mal! Linker... Oh nein! Ich hab auch kurz gezögert, Digga! ZM, ja, ja, ja. Oh, ich dachte kurz... Heilige Scheiße! Aber was wäre denn da? Wird wahrscheinlich dann auch die Hero angezeigt. Oh, ich hab keine Ahnung. Nee, ich glaube, es wird umgekehrt angezeigt. Boah, ich dachte kurz. Simo, wir müssen uns heute aus dem Loch rausziehen, ne? Ich muss plan, Digga. Ach. Toti! Toti im zweiten Pack! Let's go! Simo? Let's go! Ist es Toti oder... Let's go! Ist es Toti? Ja! Oh mein Gott, Digga! Ich mach's nicht, ich mach's nicht, ich mach's nicht, weil wir am Essen sind. Aber richtig, richtig. Bon Marti, Junge! Wichtig, Alter, krank! Alter! Ganz stark! Oh, ich wollte so auf den Buzzer drücken, das ist aber nicht drin. Oh! Bon Marti, Alter! Im zweiten Pack! Das ist krank! Das ist krank! Das ist krank! Das ist krank! Ich hau die andere doch jetzt direkt weg, oder? Ja! Die waren mal bei 3,5 oder so. Aber jetzt hau sie direkt weg. 3,7 weg, oder was? Bei Schalke gibt's Rubelbildung. Direkt weg. Ich mach's so. Digga, das sind so wichtige Münzen. Alter, wie geil im zweiten Pack. Oh mein Gott! Endlich mal wieder, Digga! Sehr schön! Aber das sieht 1-2 gleich aus, ne? Deswegen mach ich bei dir noch so unsicher. Ich hab keine Ahnung. Das könnte jetzt wieder ein Toti sein. Ich hab keine Ahnung, Digga. Ist es Musiala? Ist es Musiala, ja. Ist es ein Toti? Es ist doch wieder ein Toti, Digga! Fuck! Hä, wie krank ist denn? Fuck! Ah, nicht doll, Junge! Boah, was geht denn auf die Waffe? Stark, Junge! Scheiß schlimm sind wir hier drin! Stark, Junge! Digga, ganz stark! Alter! Digga, was ist das für ein Zeitstütz gerade? Krank, krank, krank! Counter hoch, direkt weiter! Shurfen, 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 shurfen! Shurfen, shurfen! Vier Packs, zwei Toti, Digga! Das ist heftig! Was geht denn ab gerade? Ja, das geht gerade ab, was wir uns gestern alle gewünscht hätten! Die wurden reingepatcht! Ich schwöre, gestern ging es nicht! Die wurden heute reingepatcht! Ja, sag ich auch! Was krieg ich denn für den Mann? 500? Der ist halt... Aber jetzt sind sie im Sinkflug, ne? Das merkst du wirklich! Ah ja, sie kommen halt auch, ne? Man, zieht sie halt auch mal! Ja, ja! Jetzt sind sie in den Packs drin, Chat! Aber real talk! So gut, wir haben noch keinen jetzt gezogen, aber... Alter, ich hab aus vier Packs zwei Stück, was ist denn das? Das ist krank! Die bringt mich halt auch so geisteskrank nach vorne! Naja, das ist gerade ein bisschen am abflachen hier! Ja, aber nein! Der macht den nächsten! Halt's moll! Der macht den nächsten! Halt's moll! Ne, das ist Nominee! Ah, das ist Nominee! Genau, die Schrift ist Nominee! Silberne Schrift ist Nominee! Aber kann trotzdem geil sein! Kimminja! 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 Okay, dann wissen wir, wo es dran hängt! Silberne Schrift ist Nominee! Sorry! Danke, Bro! Unauffällig! Was kostet der Bremen? Was kriegt man für den rausgedreht? Also was eine Silberne Schrift ist? Nominee! Also wenn die Position kommt... Was kriegt man für den Mann rausgedreht? Hat der Chat irgendwas gesagt, Simo? 230! Der iPad hängt mal wieder hier! Was ist denn das? Ich speichere ihn erstmal! Achte! Proski! Ist Nominee! Ist Nominee! Silber! 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 Aber geil! Hier nix! Olga! Olga! Wow! Chat, wo ist Valverde aktuell? Sag mal mit Nominee! Ist viel geil! Valverde 1-4! Man hat viel mehr Erfolgserlebnisse, ne? Das ist krank! Es fühlt sich so viel besser an, als irgendwie so 300 Packs am Stück nur gef... zu werden! Valverde ist bei 1-4! Aber Toti-Icons sind komplett raus, ne? Die sind komplett weg! Man kommt wohl Sonntag wieder! Wenn ihr das Ganze fühlt... Gerne einen Follow da lassen! Heute ein sehr, sehr geiler Stream! Und ich würd' sagen... Aaaah! Nominee! Doppel-Walkout! Kann aber geil sein! Komm schon! Musiala dahinter oder so! Das wär krass! Stimmt, Binnie! Sada! Oh mein Gott! Was geht ab, Junge? Alter! Big! Digga, werden hier Meter gemacht! 1,8 Millionen! 1,8 Millionen! Deine Account ist auch zum Block! Factor open! Fuck, Digga! Stark! Ganz stark! Was geht ab, Mann? Ganz stark! Holy Scheiße! Ganz stark! Digga, was geht hier heute ab mit den Packs? Das ist ja komplett krank! Sala, heftig! Robert! Wenn ich den verkaufe, hab ich 6 Millionen gemacht in einer halben Stunde! Ganz, ganz stark! Ich muss ihn schnell verkaufen! Ich muss ihn ganz schnell verkaufen! Das ist ein aggressives Skipper da dahinter! Oh, schön! 1,8! Der ist nicht häufig drauf! Ich mach einen schnellen 1,75er! Um ihn über den Jordan zu schicken! 1,73er! Scheiß Augenleger! Noten! Er hat doch unseren Account angespuckt, ne? Achso, du bist der Bester! Ich liebe dich! Komm, bitte geh weg! Bitte geh weg, Salah! In unserem Fall, wer ist leider nicht weggegangen, kostet es auf 1,5 Prozent! Let's go! Digga, Robert! Was wir hier für Meter machen! Was wir hier für Meter machen! Wir hängen fest, Chat! Ich brauch noch zwei, drei gute Spieler und ich hab einen CR7 Toti ercraftet! Was kostet CR7? Mit Geld! Ja! Wahrscheinlich 10 Millionen! Ich crafte! Chat, was ist der Preis für einen CR? Der hat sich noch schon wieder, Digga! Was ist denn da los? Oh! Toti Nominee! Oh! Alter, der ist jetzt echt laut! Aber ich bin im Zeitschlitz drin, Junge! Und jetzt bin ich im Studio! Ja, Zimbo! Stell nebendran! Oh! Nominé Bernardo! Bernardo Silva! Du kleine Drecksau, wie er gesehen hat, das bei mir blau ist und direkt hinterher gezogen hat! Oh! 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 Du kleine! Ich war ja gar nicht drin! Du kleine Drecksau dahinten! Ernst du? Du kleine Drecksau! Ja, die ganze Zeit wird hier von der Zeitschlitz-Theorie gesprochen, dann nehm ich hier ja noch mit, ne? Ja, mach's aber gut! Muss man auch! Wenn ich seh, dass Flecktor oben irgendwo ist... 214! Vor allen Dingen, was kackst du mich hier von der Seite an? Ich hab immer einen Controller an der Hand! Ja, wie talkst du eigentlich mit mir? Hehehehe! Scheiße, geht's ihm gut! FIT A! FIT A! Äh, Kloski, wie besteht's bei Lauda und Schalke? Ich weiß nicht! Hab ich Spiele gesehen? Die Olga 67, Trend 205! Der ist schon wieder da! Nominé? Nominé, aber... Kann trotzdem geil sein! Ich nehme einen geilen Nominé! Achte! Du hast schon einen geilen! Veneciana! Geh in der Zeitschlitz? Ist das so Veneciana? Ja, schließlich! Bernaaado! 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 Ciao! Nehmen wir! Ist gut! Zufrieden sein mit! Oh! Toadizimbo? Äh, äh! Ah, das Ding aber... Nominé! Nominé! Fuck, Alter, ich war ganz kurz! Kanns wäre von Zeit gewesen! Ooooooh! Stark! Okay, Alter! Stark! Ich denke, es ist so ein Schülpernmodus davon! Also, mein Verein hat mich heute aus den Männern gebrochen, aber... Also Münzen nehme ich heute brutal gut! 843 Zimmer, wir müssen wirklich noch rein! Gehen wir auch rein! Ja, krass! Okay! Machen wir alles, gerne! Fandesse auch finde ich immer so geil, ne? Du ziehst den, sagst... Jo, geil! Ja, dann weißt du... Steht dann Alisson für 300k weniger! Rasten wir hier aus und feiern! Ist der Klassiker! Der bringt 850k! Wenn du zu irgendeinem anderen Eventen Spiele für 850k ziehst... Nimm mal mit! Das ist krank! Aber, Robert, ich sag ehrlich, es ist einfach so schlau gewesen, beim Toti so viel tradable zu ziehen! Sag ehrlich, was hätte der mir jetzt untrade gebracht? Gar nichts! Nichts! Tradable! Ich bleib bei Trade! Trinkt aber sein Geld immerhin hier! Egalie! Oh! Komm, Junge! Gold! 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 Ich hab nen Toti! Ich hab's gar nicht gecheckt! Scheiße, Toti! Komm, Junge! Komm, 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 komm! Das ist ganz krass! Was ist denn das? Jonah! Oh, Brian! Aber, Digga, Toti! Hey, ich sag dir ehrlich... Hey! Hey! Zeitschlitz! Hey! 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 Hey, da siehst du die zwei Accounts! Rechts ist ein Macher, links ist eine F***e! Sagst du euch wie es ist? Rechts ist ein Macher, links ist eine F***e! Aber, das war wieder ein Schlitz, das heißt ja trotzdem! Hey, Männer, wie krank bin ich eigentlich mit den Toti's an euch vorbeizont? Digga, du hast uns komplett gezählt. Das ist ja geisteskrank. Unser Account ist so f***. Es stand mal 7 zu 12, jetzt steht es 15 zu 13. Was ist denn das? Wir können wieder aufladen. Kann nicht wahr sein. Ah, schön. So, und jetzt ist wieder die Frage. Verkauf ich sie? Dann kostet sie morgen eine Million. Ich würd's euch draufstellen, oder? Nee, ich würd's euch draufstellen. Dann kostet sie morgen eine Million. Timo, ich beliefern dich. Tony, Tony. Aber ist ein Winnie. Bleib entspannt. Ist ein Vinicius. Ist ein Bernardo Schiff. Nee, ist ein Vinicius. Ist ein Bernardo Schiff. 1.000% Vinicius. Dauert lang, bis ich drehe, ist ein Vinicius. Fast. So, aber den hattet ihr gerade auch. Und jetzt ist der Zeitschütz, dass bei euch der Tony kommt. Ich lass ihn auch stehen, damit ihr das machen könnt. Es ist so krank, wirklich. Es ist so krank. Komm, ich hatte einen guten Tag heute. Gönn ich mir. Ich belohne mich für einen guten Tag, Chad. Ich find ihn halt sogar preislich echt okay, wenn du die mit den anderen vergleichst. Wenn ich überlege, dass du für einen Ruben Dias und eine Hernando sieben Millionen im Verbund zahlst. Finde ich 8,5 für den sogar gut. Keine Ahnung. Ich arbeite Zimbo. Weil Werder Diani aus dem Pack ist krank. Eiken. 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 Das schießt in das Loch rein. Komm, gib mir ein Ohn. Ich mag Ohn. Gib mir einen kleinen Ohn. Zweites Pack direkt ein Ohn. Es ist ein Tele. Es ist ein Tele. Es ist ein Ohn. Es ist ein Ohn. Oh, Boyol. Es ist ein Ohn. Gals, Boyol. Schön. Gals, Boyol. Komm in meinen Verein. Ey, aber Zimbo, komm, das Pack ist wirklich gut. Bei dem ist Toadys. Ich hab ne neue Nummer. Toadys. So, und Winnie. GG. Das ist ein Trend. Das ist ein Glückwunsch zum Winnie. Das ist ein Trend. Holger. Herzlichen Glückwunsch. Toadys. Eiken. 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 Mach ne Eiken daneben. Spuck sie an. Spuck sie an. Spuck sie an. Ey, warte. Ich hab Winnie vielleicht. Ne, Trend. Bruna. Bala. Deel. Jim. Jim King. 1,4 Millionen Symbol. So sag ich. Yes. Schöne Sache. DJ Snooski für euch. Kannst du eine abgeben? Ich hab gar nicht. Schöne Sache. Aber das ist ein Vinicius. Das ist ja auf dem Torb ein Vinicius geklatscht. Sagst du? Glückwunsch, Glückwunsch zu Vinicius. Digga. Ist immer ein Trend. Aber wie oft das da blau wird. Auf dem Torb war geil auf dem Job. Aber das Ding ist eine blaue Garantie. Also es liegt an dem da drüben, Digga. Das Ding ist eine blaue Garantie. Oh-oh. 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 Ah. 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 Wir sind wieder rausgeholt. Banal Silver. Banal Silver. Ne, ich hab ihn noch nicht. Ich hab einen Todi, glaub ich. Ah, einen Todi. Ne. Chabos wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi Arabi, Marty Rint. Harry Kane. Harry Kane. Ne, mich. Harry Kane. Hey. War bei mir mit den Kindern vorhin gelacht. Ist gut, ist gut, ist gut. André, nehm ich ihn. Wuh. 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 Wissen, wer der Babo ist. Sprachgesang ist nicht meins. Top Cut. Kopf ab. Mortal Kombat. Voll Kontakt. Dalla Ongbak. Kumran. Opfer. Du bist Honda. Ich zackert. Nicht links von hinten. Ich schau dich frontal. Zackert. Extra einen guten Song für dich aufgeladen. Ja, das Ding ist over. Guckt euch das an, das Ding ist over, Chat. WTF Alter. Ich wollt' die Seite wechseln. Oh mein Gott, ich mach dumme Sachen, ich hab ihm zwei Tore geschenkt, oh ich hab ihm zwei Tore geschenkt. Na ja klar, da wollte er hinspielen, der wollte nicht zum Ribery in der Mitte, der wollte genau da hinspielen. Wie kann das kein Absatz sein? Ich will die ganze Zeit auch sehr offensiv, ich spürs die ganze Zeit auch sehr offensiv, Idiot. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, oh, muss ich hier schwitzen? Lothar Matthäus, du geile Sau. Powerschuss? Mhm. Digga, was hast du für einen R1 Öl? Was denn das? So ein Pusher an der Bop da. Ja, geil. Okay, dann Karaman, die geile Sau. Er ist ein Macher. Digga, wie schnell ist er denn? Gut. 94 Pels, silberne Rakete, silberne Raserei. Ist das krank? Ja, der ist echt gut. Elfer. Gönn dem Karaman, oder? Mach die Chipsau, Digga. Immer drin. Gewicht, Alter. Ja, das war zu viel. Ja, stark. Stark. Rein. Super wie ein Rot. Alter, wie lange hab ich den schon gehört? Wichtig. Ecken, das ist es einfach. Ich sag, du holst damit wirklich 2-3 Siege mehr. Nur das Ecken. Ja, wunderbar ein Fluss. Das andere Spiel vorhin war ja auch. Da hat er ja auch in der 90. das Ding noch gemacht. Das ist geisteskrank. Das ist bei dir wie ein F-Meter. Die Brösel-Ecke, Digga. Da müsst ihr eigentlich mal ein Emote geben für die Brösel-Ecke. Ja, eigentlich wollte ich mal in Chat darauf trainieren, dass die dann Orion und Yala reinballern. Aber machen die nicht. Zu kompliziert. Ja. So zwei Emotes. Das Problem ist noch nicht so viel teurer. Oh, stark gemacht. Oh, Alter. Getrickt, Alter. Faust, Faust, Faust. Er war so krank. Oh, oh. Oh nein, jetzt geht er raus. Lass mir doch den Freistoß, du Drecksau. Lass mir doch den Freistoß, du Drecksau. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh.